So, wir machen hier gerade einen kleinen Überflug über Bad Zwischenhaen. Morgens, Ortszeit 6.37 Uhr. Wir haben den 21.07.2016. Dort sieht man den Podobieplatz, auch das Freiland, die Mittelhäuser. Da kommt ein guter Postmann. Das ist ein guter Postmann. Das war sehr ruhig. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Und hier sehen wir jetzt die RHG, wenn wir dazwischenladen. Das soll es für heute auch erst mal gewesen sein, als kleine Einstimmung auf das schöne Amal an. Und hier sehen wir uns beim nächsten Mal.